So, willkommen zurück bei Odix und Parab, hier bei dem guten Rainbow Six Siege. Hallo. Hallo. Sehr geil. Ich bin auch wieder dabei. Natürlich. Darf ich auch am Stück aufnehmen? Obwohl, das weiß natürlich nicht der... Das wissen auch nur die, die das wirklich von Anfang an gucken. Die ganze Playlist von Teil 1. Wie war das? Folge 3? Hashtag, ihr wisst Bescheid. Genau. Jetzt kommt Hashtag, Hashtag Müsli-Riegel. Nein, Alter. Müsli-Riegel ist voll Mainstream. Wieso ist das Mainstream? Hashtag Apfel-Eistee. Ja, okay. Da bin ich dabei. Huch. So, ähm... Ich mache das hier mal eben kurz weg. Hey, Moment mal. Ich mache das mal wieder hin. Oh, haha. Ich mache jetzt die nächste. So. Parab, gehen wir da. Achso. Ja, sag Bescheid. Im Endeffekt, wenn du fertig bist. So, jetzt mache ich hier dicht. Zack. So. Äh, jetzt komme ich hier nicht hin. Ah, genau. Geil. Äh, da finde ich mal Reinforcement. Aber ich mache natürlich schneller hin. So, jetzt ist es natürlich nur noch hoffen, dass die keinen Thermalte haben. Ähm... Irgendwie durch. Nee, ist alles dicht gemacht. Das ist... Ist auch dicht? Nicht dicht. Alles klar. Na toll. So. Oh, scheiße. Da geht es schon wieder los. Da können sie trotzdem durch. Fuck, 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 fuck. Egal, mache ich immer schnell dicht. Wo denn? Wo denn? Ich kann noch was dicht machen. Alles gut, ich mache schon. Und da mache ich... Alter, wie so leckt das denn immer so? Teilweise. Da mache ich auch noch dicht, schnell. Dann kommen sie da auch nicht mehr durch. So, jetzt habe ich keine mehr von diesen Armor Panels. Wie da hackest du denn, Alter? Drei Stück. Drei Stück. So, jetzt... Oh, jetzt geht es ab hier. Mal schnell so einen geilen Schild hin. Hast du auch ein Schild? Nee. Okay. Ich muss mal schnell so eine... Ich habe die Explosive Charge gewählt. Mhm, okay. Das kann lustig werden. So. Ah, okay, die schießen draußen auf die Camps. Hast du das gehört? Ja, ich habe es eben noch gehört. So, da ist schon mal nichts los. Hier ist auch nichts. Also, direkt vor uns unmittelbar ist nichts. Bis jetzt, aber über uns scheint was zu sein. Oh, ja. Ich weiß, ich habe den nicht gerade... Treppenhorst. Ach so. Der geht gerade an die falsche Tür. Gott sei Dank. Recharge is activated. Ja, er bricht jetzt da durch. Und hat sie damit verschwendet. Auf der Treppe ist er. Definitiv, ja. Das hat er ein bisschen jetzt... Jetzt kommt er ja nicht mehr rein. Er hat keine Breaching Charge mehr wahrscheinlich. Ich hoffe es mal. Muss es nicht zerstören? Nö. Natürlich nicht. Rom auch. Hallo. Hattest du von den Schädel gespalten? Ja, Mann, ist so. Guck mal, was ich jetzt mache. Aber was will der machen? Der kann gar nichts machen. Der kommt ja gar nicht rein. Geil. Oh, genau. Gute Idee. Super nice. Oh, nein. Nein, nein, nein. Wow, 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 wow. No, 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 no. No, no, no. Sehr cool. Ich wollte dir gerade nur eine Telefonladung auf den Kopf jagen. Ja, ja. Oh, in den Rücken. Das ging voll in die Mails. Hast du es gesehen? Das war die Mails. Ich sage es dir. Ich sage es dir. So, ich spiele den... Ich spiele Ash. Ach, nee, die war nicht, weil... Ah, nee, Gott sei Dank. Du kannst ihn doch nehmen. Ich spiele Fuse. Nee, nee, ich will den Sledgehammer spielen. Sledgehammer. Ich spiele Fuse. Sehr gut. Ich nehme die Pumpgun wieder mit und das SMG. Oder die Pistole, die... Nee, ich nehme das SMG. Zack, dazu eine Brilliant Charge. Läuft bei mir. Ja. Ja. Guck mal, schrutsche. Batschhammer. D, 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 d. So. Jetzt mal gucken. Was glaubst du, oben oder unten? Was meinst du? Oben. Ja, ich sage... Ich sage mittlere Stockwerk. Ich sage zweiter Stock. Ganz oben. Ist es ganz oben? Nee, keine Ahnung. Oder laufen Leute rum. Ja, Drohnenstörer ist ja auch. Ich komme nicht weiter. Und ich kann irgendwie keinem anderen mehr zuschauen. Was soll denn das? Shit. Ja, wahrscheinlich weil alle... Stimmt, ich kann es auch nicht. Ja, aber wo wir doch einige Leute haben, die noch einen Drogen haben. Ich glaube, dass das Spiel backt, je mehr, je länger du spielst. Ah, jetzt geht es. Jetzt sehe ich. Jetzt habe ich gerade was gesehen. Ganz kurz den Rahmen, weißt du? Diesen Rahmen von dieser Kamera, die du noch mal hast. Aber sonst nicht. Das ist doch alles sehr merkwürdig. Der eine leckt sich ja auch zu Tode, Alter. Was hat denn für einen Picken? 110. Ja, alles klar. Okay. Allgemein sind die Pfingsten im Spiel sehr hoch. Ja, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen, der Scheiß. Jammer. Und hier ist auf jeden Fall auch eine Dings. Aber ich mache hier erstmal eine Breaching Charge. Zack. Ist hier irgendeiner bei mir? Nee, alles klar. Huch. War da ein Team-Gadget? Das habe ich nicht gesehen. Sorry. So. Hier geht es wieder hoch. Zack. Hier rein. Okay, warte kurz. Ich mache hier mal. Oh, fuck. Links in der Ecke. Oh, Mann. Okay. Huch. Das üben wir noch mal. Das üben wir noch mal. Ja, ich habe gesoffen. Sorry. Mal gucken. Vielleicht klappt das ja wieder. Ne, schade. Ist keiner. Boah, ist das Ding leer. Schnell leer, Alter. Krass. Ja. 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 Genau in dem Raum müsste es sein, weil da ist noch eine Booby-Trap. Okay. Gucken wir doch mal kurz. Am Ende verarschen die Jungs. Die sind gar nicht im dritten Stock, Alter. Warte mal. Jetzt will ich es aber wissen. Da ist ja gar keiner drin. Ach doch, da. Ah, da ist auch die Hostage. Guck mal an. Aha. Hallöchen. Angesprung. Du bist bei eins. Angesprung. Scheiße, nicht funktioniert. Geh mal in dem Raum gegenüber. Genau, guck mal. Der rennt, der rennt zu dir. Kubi. Boah. Alter. War jetzt aber auch keine Sekunde zu früh, Alter. Ne, ne? Das habe ich auch mal ausgepeilt, als du mich angeschrien hast, ey. Ich so, hä, läuft der zu mir? Und er so, oh mein Gott, der läuft zu dir. Und er so, oh, er läuft zu mir. Pass auf, links in dem Raum ist noch einer drin, ne? Ja, warte mal, ich habe hier noch ein Breaching. Jetzt. Würde ich explodieren lassen. Wo sind wir? Wo ist er denn? Immer noch dahinter. Ja, korrekt. Und einer ist direkt bei der, bei der Dings wahrscheinlich. Snatch, Hammer. Der andere ist immer noch da drüben in dem Raum. Okay. Ich muss hier irgendwie durch, Alter. Der eine ist hier. Mit 10, mit 10. Alter, wie wird es denn noch? Oh, lol. Und tschüss. War er doch noch was, ne? La, la, la. Ja, ja, der lag hinter dem Schild. Das habe ich die ganze Zeit gehört. Deswegen. Wusstest du gar nicht, dass man sich noch wehren kann, wenn man, wenn man blutet? Gut, ne, auch nicht. Doch, er hat geschossen. Er hat geschossen. Hast du nicht gehört? Er hat geschossen. Ja, und ich habe auch Schreiben gekriegt. Ja, dachte ich auch. Aber anscheinend geht es doch. Also, das müssen wir uns auf jeden Fall mal merken für nächstes Mal. Dass wir da mal gucken. Ich will einen anderen. Ich will den Bandit. Das fand ich ziemlich, äh, misi-fisi, Alter. Ich dachte das. Barboire oder Nitro? Ich glaube, Barboire nehme ich mal wieder. Das könnte spannend werden. Also, wenn wir das jetzt in einem Aufwärtsch noch mal schaffen, dann kriegen wir eine Flawless Victory hin. 3-0. Das wäre schon ganz geil eigentlich. Wo ist denn hier die Hostage? Da ist die Hostage. Okay, äh. Okay, ich gehe nach oben. Ja, mach mal. Ich mache hier. Denk aber an die Armor, ne? Hast du schon eine genommen? Ne, ne. Komm auch gleich wieder runter. Okay. Ich will nur hier oben sichern, weil hier ist eine Traktor. Ah, okay. Und zwar genau über der Guide. Ah, okay, alles klar. Gut, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und, äh, ja, super. Ich kann hier nicht mehr... Oh, da ist eine dringende Drohne. Habe ich. So, ich werde jetzt mal hier so eine Schockladung setzen. So, hier nochmal ein bisschen Stacheldraht. Hier nochmal so eine Schockladung hin. Zack. So, zack. Tööö. Ähm. Warum geht das nicht? Jetzt geht das. Die Runde geht los übrigens, was du nicht mitbekommen hast. Ja. Okay. Ich habe gerade das Team-Gadget zerstört, aber... Kommt rein? Kommt rein? Nein, 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 nein. Negativ. Ich gehe ganz nach oben. Du rufst mich, wenn ihr mich braucht. So, mal gucken, was passiert. Tuch. So. Oh, oh. Da kommen sie, glaube ich, schon. So, gucken wir, was jetzt passiert. Nice. Einer beim Eingang. Ja, das lasse ich lieber bleiben. Der Ping ist auch krass. Ich bin schon in der Leckung und er trifft mich trotzdem. Das finde ich jetzt nicht so cool. Two and two, okay, nice. Ich komme zu euch. Fuck. Ich bin tot. Die Geile ist ohne Schutz, ne? Ich komme. Ich bin da. Da links ist einer. In dem Raum gegenüber von dir ist einer. Okay. Er soll nur auf mich schießen, der Idiot. Da ist er. Der geht jetzt in den Flur. Ne, tut er nicht. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Es sind noch drei, ne? Ne, zwei. Also, habt ihr gesehen? Auf der Stelle ist der. Jetzt ist er da unten. Okay, er hat die Kamera kaputt gemacht. Rechts, rechts. Ja, ich musste da hingucken, wegen der Flash. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Schade. Egal, müssen wir noch eine Runde spielen? Bisschen blöd gelaufen. Das ist, ja. Er hat schon recht, ich hätte wirklich rushen. Wobei, ich glaube, wenn ich gerusht wäre, wäre es trotzdem schief gegangen. Also, ich glaube, so war das schon die beste Idee, weil so hätte ich das noch schaffen können, dass er die Geisel erschießt. Was ja leider Gottes nicht passiert ist. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Schade. Aber egal, macht ja nichts. Wir haben ja noch eine Chance, ne? So. Hier, zwei Russen, zwei Amis und ein Engländer. So, gucken wir mal. Ich gehe mal in den Keller runter. Ich habe da so ein gutes Feeling. Feeling. Ja, Mann. Und wenn die alle da runtergehen, gehe ich hoch. Ne, unten ist nichts. Habe ich aber... Oder? Ich gehe mal nach ganz oben. Ich höre bis jetzt gar nichts. Erster Stock ist leer. Es ist ganz oben, so wie das klingt. Ja, ist ganz oben. Definitiv. Safe call. Ja, hab sie. Oh ja, die haben einen Dings. Hier, den, den mit der... Wie heißt das noch? Wie heißt das nochmal? Mit der Reinforcement da für die Türen und Fenster, weißt du? Mhm. Wie ist denn der noch? Oh, eine Shooting Range. Ja. In England irgendwo. Richtig gut. So. Wo war es jetzt passiert? Gar nichts. Es war ganz oben, ne? Ja. Okay. Warte kurz. Ich habe da nämlich so ein... Ach, du hast es ja auch. Oh, oh. Schade. Hätte ja klappen können. Na, nichts. Kannst du mal die Bubi-Shirt mal eben platt machen, die links von dir ist? Ja. Danke. Das ist übernommen. Ja. Mann, wieso komme ich hier nicht durch? Jetzt. Okay, nice. Ich komme hier gerade nicht durch, deswegen... Na, jetzt. Werfen wir mal meine Kamera rein, meine Drohne. Mach mal, ich sichere gerade den anderen Raum hier. Alles klar, safe. Toll. Ah, jetzt ist sie raus. Ich werfe auch eine. Ach, scheiße, meine lebt ja sogar noch. Äh, wieso kann ich meine eigene nicht nehmen? Ah, jetzt, okay. Fuck. Okay, aber ich weiß zumindest, wo einer ist. Ja, ich auch, ganz hinten rechts. Und der andere ist direkt bei der Geisel. Ja, zwei Stück im Raum. Zwei Stück im Raum. Es sind noch drei am Leben. Wo ist denn der dritte? Ich mache mal die Treppe, safe. Wenn ihr reingehen wollt, habe ich eine Dings. Eine Smoke. Wenn du die aufschießt oder so, dann werfe ich eine... Ich werfe eine Smoke. Smoke ist drin. Ich sehe nichts mehr, die haben geflasht. Ja. Fuck. Flash oder sowas. Boah, wieso schreibt der? Ich war eine Sekunde oben, in der habe ich einen Helder passiert. Nein. Ach, das kann nicht sein. Oh, Alter. Alter. Nice. Nice. Alter. GG, Alter. Was eine krasse Runde. Das war echt schön. Das muss ich sagen. Das war eine richtig geile Runde nochmal zum Abschluss hier für unsere Aufnehmen-Session. Ich weiß gar nicht, Folge 12 oder 11 ist das jetzt? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie so war das. Richtig, richtig gut. Folge 10. Guck mal, wir sehen es ja dann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, egal. Alles klar. So, Jungs. Haut es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet von dem ganzen Spiel. Ob ihr das weiter auf dem Kanal sehen wollt. Und wir sehen uns. Bye.